hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ich bin der gunnar alias die pferde kokette und ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet hat auch dieses karl diese kabelladen hier bei meinem video hier auf meinem kanal heute geht es um ja um rapsody also jetzt raps die auf feiern damals raps die dann gab es ja ein paar probleme mit einem künstler der sich ja ebenfalls so genannt hat und um den best wer denn wer es kennt ich war gehen er ist ein wunderbarer cover metal cover künstler und der hat sich den sänger von raps die fabio leone genommen und hat den song dawn of victory cover dawn of victory ein hammer hammer gar von vom dritten oder vierten album von raps für die damals generell die ersten hier raps die alben hammer geil also damals waren raps die wirklich wahrscheinlich mit einer der großen vorreiter des symphonic metals absolut geil luga turilli hat sich dann später ein bisschen absehkopsel hat dann auch noch mal die ersten zwei ein von von luga waren ja auch absoluter brecher und deswegen freue ich mich dass ich gesehen habe dass dawn of victory cover wird ich mag den den west der ist ein sehr talentierter künstler und da sich den originalsänger den fabio noch wird angeholt hat ich glaube das kann eine sehr sehr geile mischung werden ich bin sehr gespannt der song geht fünf minuten und ich habe ich möchte euch gar nicht so lange auf die folge ersparen deswegen springen wir direkt rein ins video und wenn euch das ganze gefällt lasst gerne kosten uns abonaten daumen nach oben würde mich natürlich sehr darüber freuen auch wenn ihr das video in kompletter länge sieht damit der algorithmus hier ein bisschen gepusht wird für den song wir sehr darüber freuen und jetzt geht's ab ins video der west featuring fabio leone mit dawn of victory dem rhapsody cover so dann wollen wir loslegen ich bin sehr gespannt ja geil allein schon für den anfang da hörst du schon dieses epische raus also das klingt beim rap für mich persönlich besser auf dem album aber da kommen halt so die alten vibes wieder hoch hammer geil das klingt ja live genauso ne aber klar album und live ist immer unterschied ich finde ja der fabio leone hatte ich habe ich spreche ich glaube schon der hat auch so eine geile stimme die blüste immer und immer wieder erkennen und das fand ich auch mal diese locken lockigen haare von ihm immer scharf aber also dieses erholt man raus jetzt ja das ist schon geil Diese E-Gitarre von Luca. Ja, geil. Ich liebe, ich finde sowas richtig gut gemacht. Ah, Rhapsody habe ich leider auch nie live gesehen. Weil ich es sehr schade finde. Ich glaube, die sind damals auch von Manowar aufgetreten in Berlin. Ich bewundere diese Musik ja immer. Ganz ehrlich. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Ich bin sehr glimpsede organisch Glückwunsch da. Wie beginnt das sowas auf winen und verändert? Wie holst du immer raus? Ich bin sehr beliebt. Es macht einfach Spaß, da kommt so richtig so die Anfänge von meiner Metal-Zeit hoch. Dazu vielleicht noch ein bisschen mehr. Oh, der schwitzt aber ganz schön, der Junge. Ja, das war Dan West featuring Fabio Leone mit Dawn of Victory, den Rhapsody-Cover. Und bevor ich gleich noch meine Meinung abgebe, würde ich von euch gerne wissen, was ist euer absolutes Lieblings-Rhapsody-Album? Wirklich Rhapsody, ja, nicht Rhapsody, auch Firebird, als sie noch Rhapsody hießen und eventuell vielleicht auch euer Lieblings-Song. Also für mich waren damals Rhapsody, ich habe ja damals mit Blind Guardian angefangen, dann kam mir relativ zeitnah Hammerfall, Freedom Call und dann glaube ich kam auch schon Rhapsody damals. Und Rhapsody waren so der Einstieg in den Symphonic-Epic-Metal oder damals auch Symphonic-Epic-Hollywood-Metal. Da habe ich mir gedacht, warum Hollywood? Naja, weil es halt teilweise schon so eine Blockbuster-Atmosphäre hat. Und Rhapsody habe ich immer geliebt, als sie an Rhapsody of Fire wurden und sowas. Naja, die ersten Einwanderheiten sind halt unerreichbar. Da muss man halt sagen, das war für mich persönlich auch mit der absolute Höhepunkt von den Jungs, aber nichtsdestotrotz Hammer, Hammergeil. Und ich finde, dass das hier, dieses Dawn of Victory, was wir gerade gehört haben, das lässt gerade nochmal so wirklich die Erinnerungen hochkommen, als ich angefangen habe mit 15 oder 16 Jahren Heavy Metal zu hören. Und das ist einfach Kindheit, so Kindheitserinnerungen. Und Dan West legt das Ganze nochmal, pusht das Ganze gerade nochmal ein bisschen hoch und dass der Originalsäger noch mit dabei ist, das ist natürlich wirklich geil. Der Dan West, der hat ja auch eine eigene Power Metal Band, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Da hatten wir ja auch mal ein Video dazu gemacht, da waren ja, glaube ich, auch Dark Siffler und der Felix mit am Start. Aber mir ist jetzt echt der Name entfallen. What happens? Aber der Song war wirklich toll. Ich muss natürlich sagen, dass Dan West, er macht seine Sache großartig. Er ist ein absolut toller Sänger, ein toller Performer, ein großartiger Musiker. Aber er kommt natürlich nicht an dieses Besondere etwas, was der Fabio hat. Der Fabio, der hat eine so geile Stimme und diese Dynamik, dieser Symphonic Metal von Rhapsody und der Gesang von Fabio, das war einfach so eine perfekte Mischung für mich damals. Nichtsdestotrotz ist das Cover großartig, es macht auf jeden Fall Spaß, es lässt so viele alte Erinnerungen hochkommen und das liebe ich absolut. Eure Meinung bitte in die Kommentare, ob ihr auch so begeistert seid oder sagt ihr euch, nee, ist mir absolut scheißegal. Würde mich natürlich mega interessieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.